Also ich habe mich richtig gefreut über viele Exportkunden aus unseren Märkten aus Ost- und Westeuropa. Es ist eine richtig geile Messi, es sind echt überrascht, so viele Leute, echt guter Vibe, total familiär und ich glaube in zwei Jahren sind wir auf jeden Fall wieder dabei. Wir sind absolut begeistert von der World of Fireplaces hier in Leipzig. Gestern am ersten Tag sind wir kaum an unsere Exponate herangekommen, die Stimmung ist hervorragend. Es war perfekt organisiert, es ist nur Begeisterung zu hören vom Publikum, von den Ausstellern, also es macht richtig Spaß hier zu sein. Das ist vielleicht der Anfang einer neuen Ära. Das ist eine große Chance für uns, und wir sind wirklich stolz, dass alle unsere Produkte hier zeigen. Es ist eine große Chance für uns und wir sind wirklich stolz, dass wir alle unsere Produkte zeigen. Es tut sich Spaß, es ist eine Aufbruchsstimmung im Bereich der Biomasse da und ich denke, dass wir hier sehr zielführend unterwegs sind, um den Bereich der Biomasse auch weiterhin im Zuge der Energiewende zu platzieren. Ich bin total begeistert, wie das hier umgesetzt wurde. Also auf jeden Fall eine geile Messe war das und ich freue mich schon auf die nächste Messe in zwei Jahren. Es war eine große Erfahrung. Wir hatten heute einen fantastischen Tag mit so vielen Besucher, die wir nicht vorstellen können. Das war's, wir haben heute eine große Chance. Wir bleiben zusammen. Wir bleiben uns in. Bis zum nächsten Mal.